Oh, da ist ein Schaf. Sollte ich vielleicht anfangen Kinder zu kriegen? Aber ich will nicht schwanger werden. Ich bin erstaunt, wie gut das klappt mit der Stellung, das ist wirklich... Oh no! Matthäus, was ist los? Klopft ein Matros weg, Alter! Was, ich werde das Segel für Sie übernehmen, Matros, halten Sie durch! Aber, dann sauen Sie doch alles voll! Dieser ganze Äußer... Ja, kann ich Ihnen anbieten, warte ich wohl, dann können Sie probieren, ja. Syria... Alles klar! Wie hieß das nochmal? Oh scheiße! Jetzt kassieren wir! Vorsicht! Oh nein! Oh! Ja, die vier Zuschläge. Öko-Pauschale. Rettet die Umwelt. Rettet die Wale. Ne, das zahle ich nicht. Und rettet die Bananenstauden. Die kommen ja auch noch dazu, ne? Öko ist mir egal. Bio ist Abfall. Ja, na gut. Was ist mit Rettet die Welt? Ne, hab ich auch nichts mit am Hut. Irgendwie so das Gefühl, dass ich gleich wieder von dem Löwen angesprungen werde. Hab ich jetzt Löwen gesagt? Ja, hab ich. Wow! Verpiss dich! Du, die Beutel gesie... Oh Gott... Arella, bitte klipp das! Letztlich muss ich gleich den Clip zeigen, wenn's geklippt wurde. Nämlich der Verpflegung und Unterbringung der Tiere, damit sie ein wenig entlastet werden. Ich werde mich dann um die Verfrachtung der Ware kümmern. Oh, zu großzügig. Zu großzügig, Admiral. Dem Befehl komme ich gerne danach. Sie? Wir haben keinen Platz mehr im Lager. Für was? Heute Keratinoid, ähm... Ich weiß nicht, ist hier noch was für Baumstämmer? Für Holz? Das weißt du, ist ihn! Das weißt du, ist ihn! Alles, was sie nicht mehr einlagern können. Bruder, versuch dich zu beruhigen. Diese sind nicht wie die Spanier, gegen die du gekämmt hast, glaube ich. Hola, hola, buenos dias! Buenos dias, kennst du Spanisch? Aber natürlich, ich kann nicht Spanisch. Nein, ich kann kein Spanisch. Ich bin Franzose, kein Spanier. Ich bin Franzose, ich bin Franzose, nicht in den Schutzen. Dann sagen sie das mal an den Franzosen und Spanieren, die ich umgebracht haben. Die sind Spanier getötet, der Vorderagent. Ich bin Spanier getötet, der Vorderagent. Oh, oh... Okay, lass uns das nicht nochmal machen. Okay, lass uns das nicht nochmal machen. Ich fühle mich wie überfahren. Oh Gott. Was macht denn dieses Tier hier? Verschwinde! Hä? Und dann noch mit der Stimme dazu, fast wieder um die Hälfte, dann kriegen wir sie ja geschenkt. Frag doch einfach mal nach einer größeren Stückzahl von, naja, mit der besseren Qualität, wenn er es denn kann. Na, wenn sie gesellschaftlich 18 Wunderer... Oh no! Das können sie doch in meiner Anwesernheit nicht sagen! Ja, vorragend. No, no, no! Nicht so! Oh Gott! Nicht so? Na gut. Das ist meine letzte Warnung! Ach Mann. Aber wenn sie mich beschießen sind, die Atlet haben sich ja nicht erfreut. Schauen Sie mal, da vorne ist eine Möwe. Wo? Hier? Da, drauf! Oh Mann. Da? Nein! Oh ja, da ist alles anders, tatsächlich! See? Hat er nicht gemacht! Ja, hier hat mir alles ja wirklich grausat. Oh nein! Oh nein! Ich war schon verführt, das Messer zu werfen, aber ich habe es dann aus Anstand sein lassen. Ja, Sie werden sehr respektvoll. Sie kommen aus Schweden, richtig? Ja. Schwedisch ist ja schon so ähnlich wie Dänisch. Können Sie denn schon ein paar schwedische Wörter? Oh mein Gott, ich habe die Liste nicht. Äh, wie meinen Sie das? Na, irgendwas auf Schwedisch sagen, irgendwas. Äh, warten Sie kurz, ich muss mir einen Satz ausdenken. Alles gut. Ich habe irgendwo meine Liste. Jetzt machen wir halblang. Ist das Schiff mit die schwarzen Säckeln? Oh, und es bringt eine Menge Stürmer mit. Ich habe euch gesagt, ist gefährlich. Das ist gewaltig, das Schiff. Was ist das, das ist eine Brigantin-Klasse? Das ist Brigantin-Klasse. Ja, mach dich bereits. Ja, ich bin schon. Ah, wie. Ich bin schon eingeschlafen. Du machst das ja gut. Ich weiß, dass du das ja, du kannst, du bist ja, äh, Schiffsbaumeister. Und das ist ein Schiff. Wie, wie, du kannst dich in den Indigen. Ja, Bruder, Reiser. Weißt du, wie du das geschrieben hast, Adriana? Sieht das viel besser aus. Schatztruhe. Das macht das... Scha... Ahz-Ztzt-Z. Truhe. Truhe Höh. Wie geil, dass Haar gerade kommt. So Höhöh. Bitte klebt das hier, Mann. Truhe Höh! Ja dann kennst du bestimmt auch hay-hier. Heaven-shel-Bjorne, oder Arilla? Du hörst doch die Mucke. Oh Gott. Sie haben wahrscheinlich von mir gehört. Oder auch nicht. Die Nier gehoben, ich spreche das mega gut. Sie mögen Alkohol oder warum laden Sie so? Chronische Alkoholiker, seitdem ich 10 bin, ja? Hi. Chronische Alkoholiker. Na ja, gut, dann... Können wir jetzt zu dem Ursprünglichen zurückgehen? So, kommen Sie einmal her. Hier gibt es minimale Abnutzungsschäden. Was zum Nageln. Achtung, Admiral unter Deck. Weiter machen. Äh, kann uns nicht interessieren. Sie, ich wollte Sie nur darüber informieren, weil wir können im Krehennest, aber sie... Doch. Warum nicht? Wann der nicht? Warum hat er nichts gesagt? Krehennest. Ich glaube, das Segel hat seine Sicht für dich. Geil. Krehennest. Wie gut. Krehennest! Ist der Typ taub? Liege? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020